Bitcoin und vor allem auch Ethereum pumpen, richtig, richtig krass, wie sieht es da jetzt aus, vor allem mit unserem Long Trade und ist das Ganze vielleicht sogar eine Falle, das und vieles mehr erfährst du hier im Video, das heißt unbedingt dranbleiben und damit sehr großen Herzlich Willkommen zum heutigen Krypto-Update von Trading & Air, ja wir schauen uns heute wie immer Bitcoin und Ethereum hinsichtlich unserer Elliott-Wellen-Theorie an, was da unsere nächsten Ziele sind, unser Fahrplan ist, das heißt wie gesagt, wenn du das nicht verpassen willst, unbedingt dranbleiben. Und dann noch eins, wir stehen ganz, ganz kurz vor den 900 Abonnenten, morgen beginnt auch unser kleiner Adventskalender hier auf dem Kanal, würde uns sehr, sehr freuen, wenn wir die 900 Abos vielleicht bis dahin knacken, sei es mit dem heutigen Video, aber da brauchen wir eure Unterstützung, für euch ist kostenlos und für uns eben eine Riesenbedeutung und damit eins noch vorneweg, wie immer, wenn dir der Content gefällt und du uns natürlich unterstützen möchtest, kannst du dem Video auch schon mal gerne einen Daumen nach oben geben, den Kanal kostenfrei abonnieren, wie gesagt und natürlich auch die Glocke aktivieren, beziehungsweise auch gerne einen Kommentar erlassen, um den YouTube-Algo zu pushen, würde uns auf alle Fälle auch mega freuen und supporten. Gut, dann gehen wir direkt rein, Kryptomarktkapitalisierung hier bei den 855 Milliarden US-Dollar wieder, hier mit circa 3,6% im Plus die letzten 24 Stunden. Wir sehen es hier, Bitcoin notiert bei den 16.900 US-Dollar, wir waren auch schon ein gutes Stück höher, schauen wir uns jetzt dann gleich im Chart an, mit aber auf alle Fälle plus 4% die letzten 24 Stunden. Ethereum 1270 US-Dollar mit 7,4% im Plus die letzten 24 Stunden und wenn wir hier so durchgehen, sehen wir, dass eigentlich ziemlich viel hier im Plus ist. Wir können uns auch nochmal die Ausreise anschauen, Phantom 14%, Obi-Token 10%, Chain 10%, Immortierable 7%, das heißt auch hier die Altcoins ziehen wieder richtig, richtig gut an. Ausreise nach unten gibt es eigentlich nur Lio mit fast 8% und vielleicht BinaryX hier mit 2%, aber sonst eigentlich nichts Erwähnenswertes. Daher würde ich sagen, gehen wir direkt rein auf den Bitcoin-Chart, gehen auf den Daily-Time-Pram, machen uns die Zeichnungen aus, schauen wie die gestrige Daily-Candle hier geschlossen hat. Eigentlich unaussagekräftig, vielleicht leicht bullish, da wir über diesen Wick hier wieder geschlossen haben, wie wir es gestern gesagt haben. Aber wir haben eigentlich diese Candle hier komplett, ja, rückgängig erstmal wieder gemacht und jetzt sind wir hier am Pumpen und jetzt wird es eben sehr, sehr spannend, was hier bei den 17.186 US-Dollern passiert. Schaffen wir es hier einen Daily-Close drüber zu haben, wird die ganze Sache bullischer und wir kommen, ja die Wahrscheinlichkeiten für unser bullischer Szenario, wo wir jetzt gleich drauf kommen, werden einfach wahrscheinlicher. Schaffen wir es hier nicht drüber zu schließen. Dann, ja, und quasi nur Liquidität zu holen, das heißt wir schießen hier drüber, schließen aber wieder drunter. Ja, dann wird die Sache mit dem bearischen Szenario einfach wahrscheinlicher, was heißt bearisches Szenario, im Endeffekt laufen beide aufs selbe raus, aber, ja, kommen wir jetzt gleich dazu. Dann gehen wir direkt auf den 1-Stunden-Time-Frame und machen uns die Zeichnungen an und dann für die Leute, die neu auf unserem Kanal sind, kurz der übergeordnete Fahrplan. Wir gehen davon aus, dass Bitcoin seit diesem High-Year in der letzten Welle Z hier ist und das letzte Low, ja, das heißt mindestens auf die 16.000 US-Dollar ist jetzt bereits schon geschehen. Dennoch gehen wir weiterhin davon aus, dass der Boden noch nicht drinnen ist. Wir haben das Ganze hier nochmal unterteilt in W, X, Y hier nach unten. Die Y unterteilt ganz, ganz klassisch in A, B, C. Und jetzt wird es eben spannend, unterteilt sich die B hier mittels eines Triangles oder formen sich die Mittel eines Triangles oder kriegen wir ein normales Wellen-B-Retrace hier rauf in diesen Bereich. Und dafür müssen wir uns die Unterstruktur anschauen. Wir gehen aktuell, beziehungsweise Triangle ist leicht unsere favorisierte Variante seit, ja, eigentlich Beginn dieser Konsolidierung hier. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir hier eine A gesehen haben, hier eine B, jetzt gerade rauf sind in der C mit einer D, E, dieses Triangle hier irgendwo in dieser 17.000-Dollar-Region hier zu finishen, um dann nochmal auf ein tieferes Tief, im Idealfall auf die 14.400 US-Dollar mindestens abzuverkaufen, wenn nicht sogar tiefer. Aber da beschäftigen wir uns dann, wenn es zu weit ist und wir selbstverständlich auch mehr Daten haben, um diesen abverkauft und genauer bestimmt zu können. Aber demnach gehen wir davon aus, dass wir jetzt in dieser Welle C hier sind, egal in welchem Count wir sind. Das muss schon mal klargestellt sein und demnach gehen wir davon aus, wir haben hier eine A gesehen, schön fünfteilige One, Two, Three, Four, Five nach oben, dann dreiteilige Hunden, A, B, C, haben hier einen wunderbaren Trade, wirklich auf den Cent genau hier mit der kostenlosen Telegram-Signalgruppe mitgenommen. Ganz, ganz wichtig sind unsere Trades, wie wir traden, ihr könnt die nachmachen, müsst es aber nicht. Aber so sehen da beispielsweise die Signale aus, kam auch gestern nochmal ein Signal hier rein. Ja, da ist es etwas ungünstig, wir haben den Auf-Break-Even wieder geschlossen, aber kommen wir jetzt gleich dazu. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne beitreten, aber keine Anlageberatung an dieser Stelle schon mal. Aber es ist auch ein Trade-Register drin, ist unserer Meinung nach auch definitiv profitabel, wenn wir die ganze Zeit hinweg betrachtet. Aber könnt ihr euch auch gerne selbst ein Bild machen. Demnach gehen wir davon aus, dass wir hier die Welle B hier gefinisht haben. Alternativ Welle 2 sollten wir uns in dem normalen Wellen-B-Retracement hier befinden. Aber wie gesagt, wir gehen aktuell stark vom Triangle aus, weil wir jetzt einfach auch den Move hier sehen, der nicht stark hier ist von Bitcoin. Wenn auch auf dem 15-Minuten-Timeframe hier nochmal gehen, kommen jetzt hier ein paar Fips rein. Bitte nicht erschlagen lassen. Aber demnach gehen wir davon aus, 1, 2, 3, 4. Diesen Trendwende-Bereich haben wir euch gestern in die Talk-Gruppe noch reingeschickt. Der hat funktioniert. Wir hatten hier auch einen Long-Trade platziert bei den 16.400-US-Dollar mit Stop-Loss hier in dieser Region. Der wäre sehr, sehr profitabel gewesen. Vor allem, wir traden ja nach Risikoinheiten. Wen das interessiert, ist ein eigenes Video hier auf unserem Kanal. Könnt ihr auch gerne abchecken. Einfach Risikoinheiten, Video Trading und Air googeln. Dann kommt ihr da auch easy drauf. Das heißt, der wäre sehr, sehr profitabel gewesen. Dennoch haben wir den in dieser Phase hier auf Break-Even dann geschlossen. Berechtigte Frage kam. Wieso haben wir den geschlossen? Weil uns einfach die Struktur für diese Trade-Idee nicht so stark gefallen hat. Und wir können es nicht verantworten, dass wir wir selbst und vor allem ihr nicht in einem Trade drin seid, von dem wir vom Planen nicht mehr so überzeugt sind. Vor allem in Kombination, wie sitzt der Stop-Loss, wie ist der Take-Profit. Da ist einfach unser Risikomanagement. Und ganz, ganz wichtig, solche Trades dann einfach blind aus dem Kopf hier versuchen auszublenden. Denn sonst wird man verrückt und man meint, man muss den Zug jetzt noch unnötig da hier hinterher rennen. Das heißt, das einfach ausblenden. Neue Trades werden kommen. Neue Chancen werden kommen. Eigentlich fast täglich mehrmals hier am Kryptomarkt. Das heißt, da jetzt bitte nicht irgendwie da nachtrauern. Da werden neue Trades kommen. Hier sehen Sie, dieser Take-Profit ist hier noch offen. Müssen wir schauen, wo wir den schließen. Werden wir aber sehr wahrscheinlich zeitnah schließen. Aber da halten wir euch selbstverständlich in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe dann auf den Laufenden. Denn ihr seht schon, wir gehen davon aus, dass wir jetzt in dieser letzten Welle 5 hier sind. Und wir sind hier noch sehr, sehr weit entfernt. Um sagen zu können, dass es sich hier um einen Impuls handelt. Denn, ja, wenn es sich um hier um einen Impuls handeln würde, dann hätten wir hier die 1 gesehen, hier die 2. Dann müssten wir mindestens die 18.162 US-Dollar hier erreichen, um sagen zu können, okay, das ist in der Regel eine Welle 3. Denn eine Welle 3 in einen Impuls erreicht. In der Regel eben das 1.618 der Fibonacci-Level. Da sind wir jetzt noch Meilen weit entfernt. Daher gehen wir dann jetzt davon aus, dass es sich, wie gesagt, um diese Triangle-Variante handelt. Und wir unser Top hier in dieser Region hier finden werden. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Aber ihr seht es hier, und die Abonnenten, die uns schon länger verfolgen, wissen das, dass wir hier noch einen großen Schatten haben mit doch recht hohem Volumen. Und wenn wir rüber scrollen, sehen wir hier die vorher angesprochenen 17.200 US-Dollar. Auch noch einen Schatten, passt auch mit dem Daily-Time-Frame, dass wir hier noch mal kurz drüber wicken, gegebenenfalls das 1er Fibonacci-Level, diese ABC-Korrektur hier anlaufen. Was auch ein sehr, sehr beliebtes Ziel ist, eben angelaufen zu werden bei den 17.330 US-Dollar. Und da werden wir dann irgendwo versuchen, hier in dieser Region hier unseren Trade dann zu schließen im Profit. Aber da halten wir euch dann selbstverständlich in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe dann auf den Laufenden, wie gesagt. Aber wir erwarten jetzt noch mal ein, ja, wie gesagt, ein leichtes Higher High hier in diesem Bereich. Welcher Bereich hier wird dann sehr, sehr wichtig. Und da können wir uns mal das Fibonacci-Level hier anlegen von diesem Low hier rauf. Dann machen wir uns das Wellen-4-Retracement an und dann sehen wir, dieser Bereich hier wird jetzt erstmal sehr, sehr wichtig für Bitcoin, dass dieser verteidigt wird. Sollte dieser nicht fallen, geht es relativ schnell wieder, oder sollte dieser nicht halten und fallen, geht es relativ schnell hier wieder runter auf die 16.500 US-Dollar. Aber Primärerwartung wäre jetzt hier leicht stabilisieren, um dann noch mal ein Higher High hier zu machen. Aber ganz, ganz wichtig, die Mindestanforderungen sind durch. Eigentlich wollten wir den Trade hier schließen, dennoch, es war über Nacht. Ihr seht jetzt auch, wie perfekt wir hier reagiert sind. Und wir hätten jetzt nicht damit gerechnet, dass wir so einen krassen Move hier sehen. Aber wir werden definitiv dann hier, oder es ist auch weiter in unserer Primärerwartung, dass wir hier leicht eintauchen. Und dann gegebenenfalls noch mal hier auf die 17.300 US-Dollar hier rauf dann laufen werden. Sollte dieser nicht halten, dieser Trendwendebereich, dann müssen wir uns das Gesamtkorrekturlevel hier von der Welle B dann zur Welle C hier reinladen. Da machen wir uns das Wellen 2 Retracement hier an. Und da wird dann ein Bereich zwischen den 16.300 US-Dollar, aber Primär eher auf die 16.000 US-Dollar Region hier wieder interessant. Hier ist auch das Golden Pocket, beziehungsweise vielleicht sogar die 15.800 US-Dollar. Aber da müssen wir uns dann die innere Struktur hier anschauen, welches Fibonacci hier dann wahrscheinlicher ist. Das heißt, sollte diese Unterstützung hier nicht halten, nächste Station sehr, sehr wahrscheinlich die 16.500 US-Dollar. Und dann wird es auch recht schnell dann wieder auf die 16.000 US-Dollar hier runtergehen. Aber stand jetzt in unserer Primärerwartung noch mal ein leichtes High High. Ehe wir dann das Reversal sehen, sollten wir diese Levels hier gnadenlos nach oben hin rausnehmen. Und die 18.200 US-Dollar anlaufen, dann wird das Szenario, dass wir uns hier oben in diesen Kasten hier bewegen. Selbstverständlich wahrscheinlicher, aber aktuell, wie gesagt, nicht unsere Primärerwartung. Dann gehen wir rüber zu Ethereum noch und auch hier läuft alles eigentlich ziemlich gut nach Fahrplan. Selbes Spiel wie bei Bitcoin, gehen wir kurz raus. Wir gehen davon aus, dass wir in einer letzten Welle Z hier unter das letzte BM-Arktiv hier abverkaufen werden. Im Idealfall hier auf die 850 US-Dollar, sollte das hier nicht halten, gehen wir davon aus, dass wir auf die 640 bis 520 US-Dollar hier fallen werden. Das Ganze auch nochmal unterteilt in W, X, Y. Die Y unterteilt in A, B, C, genauso wie bei Bitcoin. Und auch selbe Spiel hier mit dem Triangle bzw. dem normalen Retracement der B wie bei Bitcoin. Auch hier gehen wir davon aus, dass es sich um das Triangle handeln, ja, oder mit leicht erhöhter Wahrscheinlichkeit um das Triangle handeln wird. Sollte dieser Bereich, ihr seht ihr schon, die 1320 US-Dollar hier nach oben hin durchbrochen werden, dann handelt es sich sehr wahrscheinlich um die normale Korrektur. Wir könnten sogar Preise von 1450 bis 1610 US-Dollar hier sehen bei Ethereum. Und jetzt, um auf das kurzfristige Kursgeschehen nochmal einzugehen, wir gehen davon aus, dass wir hier in einer A hoch sind. Mittels einer A, B, C überschießender B, die nach unten sind, den Zielbereich hier auch abgegriffen haben. Ich sehe, der ist hier rot, der müsste blau sein, dass wir den hier abgegriffen haben. Dann auch hier, hier ist noch ein Short-Trade drinnen, den haben wir aber gelöscht. Das heißt, der ist irrelevant. Dann hier mittels 1, 2, 3, 4, 5 uns jetzt nach oben bewegen. Und diese 5 höchstwahrscheinlich genauso wie bei Bitcoin noch nicht gefinisht haben. Ihr seht, hier oben befindet sich das 3, 6, 1, 8 der Fibonacci-Level bis zum 4, 2, 3, 6 der Fibonacci-Level. Das 1-to-1-Ratio, ähnlich wie bei Bitcoin, hier über die A zur B gelegt. Das heißt, ein sehr, sehr beliebtes Ziel für die Welle C. Und auch hier sieht es eher, wie gesagt, danach aus, dass es das Triangle wird. Das heißt, hier erwarten wir auch nochmal ein leichtes High-High. Wir sehen hier eine Konsolidierung, was typisch ist für eine Welle 4. Das heißt, hier sieht es danach aus, dass es hier diese eine Welle 4 ist. Und wir nochmal ein leichtes High-High hier sehen. Circa genau auf die 1.290 US-Dollar. Wir können uns auch folgendes Ziel hier nochmal reinladen, was diesen Bereich hier oben einfach nochmal unterstützen würde. Da wir messen, wir uns die Welle 1 legen es auf den Startpunkt der Welle 4 und machen uns jetzt mal ganz kurz weiß. Da sehen wir das 2, 6, 1, 8 der Fibonacci-Level bis zum 3er Fibonacci-Level. Befindet sich auch genau hier in diesem Bereich. Das heißt, dieser Bereich beginnt bei den 1.286 US-Dollar bis rauf zu den 1.303 US-Dollar. Halten wir mal als sehr, sehr starken Widerstand für Ethereum im Auge. Sehen Sie, sind ja auch schon perfekt am 3, 6, 1, 8 der Rejected worden. Das Ethereum hier auch richtig schön nach den Fibonacci-Zahlen. Aber wir gehen jetzt davon aus, dass wir uns hier leicht stabilisieren, um dann nochmal ein leichtes High-High hier zu machen. Wenn wir uns ganz, ganz kurz noch anschauen, welcher Bereich hier wichtig wird, sollte es nach unten gehen. Und da legen wir uns das Fibonacci-Level hier mal so an von der 2 zu 3 quasi und machen uns die Wellen-4-Vorlage rein. Und da wird der Bereich hier zwischen, und da sehen wir jetzt einfach, Ethereum performt hier wieder viel, viel besser wie Bitcoin. Im Moment, so müssen wir das anlegen. Genau, dann performt hier Ethereum einfach wieder viel, viel besser wie Bitcoin. Und da wird einfach der Bereich hier nochmal interessant zwischen den 1.200 und 1.66 US-Dollar runter bis zu den 1.200 und 1.47 US-Dollar, um dann wie gesagt nochmal dieses leichte High-High in die knappe 1.300 US-Dollar Region, wie gesagt, zu sehen. Und auch dann gehen wir hier davon aus, dass wir eine Korrektur hier sehen werden in den Bereich hier in diese Welle D hier möglicherweise. Und der beginnt dann hier bei den 1.183 US-Dollar bis runter zu den 1.100 US-Dollar hier circa. Mit Fokus hier erstmal aufs Golden Pocket bei den 1.157 US-Dollar. Ganz, ganz wichtig, sollten wir hier irgendwas shorten, lassen wir euch davon selbstverständlich in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe Bescheid wissen. Das heißt, wenn du solche Trades nicht verpassen willst, gerne unten in der Videobeschreibung auschecken. Genauso wie auch die Token-News-Gruppe, da kommen auch die Trade-Ideen rein, kurze Updates von unserer Seite. Das heißt, das könnt ihr auch gerne abchecken an dieser Stelle. Gut, dann soll es das Ganze jetzt schon gewesen sein, soll nicht unnötig in die Länge gezogen werden, aber wir wollten euch den detaillierten Fahrplan jetzt eben kurz aufzeigen. Und damit bedanken wir uns schon mal für jegliche Form von Support, sei es leicht, Kommentar oder auch nur das plumpe Schauen vom Video. Und ja, denkt an die 900 Abos, es wäre sehr, sehr cool, wenn wir das schaffen würden. Und damit, ja, bedanken wir uns, wie gesagt, für jegliche Form von Support und damit hören wir uns später, oder gegebenenfalls auf Telegram wieder. Ansonsten morgen in der Früh zum Update-Video und damit Trading und erst raus. Macht's gut. Ciao, ciao.